ARD Text im Auftrag von Funk 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 was du da oben gemacht hast. Ich hab mich verliebt in deine Freude an der Musik. Und ich würd mega gerne mit dir zusammenarbeiten, weil ich dich ganz, ganz, ganz toll finde. Danke schön. Ich finde, als ich mich umgedreht habe, ist das bestätigt worden, was ich gefühlt habe, als ich dich noch nicht gesehen habe. Dass du voller Freude und den Song auch performst und nicht nur da stehst und singst. Oder ist das vielleicht einfach nur jetzt, weil du einmal und du bliebst sass? Also ich muss ehrlich sein, ich mag Französisch to singen, aber ich mag auch sehr viel englischen Songs. Englisch Pop mache ich schon seit über 20 Jahren und es ist auch nicht so schlecht jetzt, was da so passiert ist in der Zeit. Möchtest du die Entscheidung treffen? Ja. Jetzt nimm dir deinen Augenblick und dann kannst du deine Entscheidung treffen. Ich mag euch beiden wirklich gern. Und alle vier eigentlich. Aber ähm ... Wir sind fünf. Alle fünf, sorry. Aber ähm ... Ich gehe mit Lena. Ja! Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Mein Herz ... Oh mein Gott, ich freue mich, dass du in meinem Team bist. Das ist ganz zauberhaft. Ich freue mich richtig doll. Ähm ... I'm sorry. Ich bin sehr enttäuscht. Désolé. 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 Vielen Dank. Sehr schön.